Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video Bitcoin. Gestern sehr, sehr volatil, nachdem ein paar News kamen, die sich mittlerweile wieder ein bisschen erübrigt haben, werden wir gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Außerdem, unser Short wurde nicht abgeholt, knapp verpasst, ist aber auch verpasst. Werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, wieso, weshalb, warum. Ja, war ein bisschen unglücklich, aber gut, was wir machen, die nächsten Chancen kommen auf jeden Fall. Momentan ist ein bisschen Konsolidierungsphase, wir haben Wochenende, Volumen geht zurück. Wir müssen darauf achten, okay, jetzt nichts zu überstürzen. Ja, News-Lage, wie gesagt, wird gleich noch ein bisschen interessanter werden. Was sich jetzt noch getan hat, so die letzten Stunde, wie es mit den Bitcoin-ITF-Anträgen weitergeht, auch das werden wir uns anschauen und natürlich auch mal einen Blick auf Ethereum, der sich gestern deutlich, deutlich schneller erholt hat als Bitcoin. Ja, bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, so wie gestern, was dann nicht abgeholt wurde. Gehen wir jetzt, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Und gestern die neue Folge von Crypto & More Online. Woran scheitern Krypto-Neulinge? Haben wir uns mal ein bisschen unterhalten und vielleicht auch ein paar Tipps und Tricks, vor allem für Leute, die ziemlich am Anfang in Krypto stehen, auch mal mitgegeben. Also hört euch das gerne an auf Spotify oder auch auf Apple Podcast. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Bitcoin bei 30.400 US-Dollar. Wir sind gestern nochmal kurz in Richtung 30.142 US-Dollar hochgepumpt. Daraufhin oder kurz davor wollte ich eigentlich noch das Short-Signal geben. Und das seht ihr hier, BTC Short Entry 1 war bei 31.260. Ja, dann kamen die ganzen News mit, Bitcoin ETF wird nicht genehmigt oder wurde erstmal abgelehnt von der SEC. War auch irgendwie klar, ich hatte es aber irgendwie selber nicht mehr auf den Schirm, bis es früher einer gesagt hat, dass da angeblich heute schon irgendwas kommen soll. SEC hat es abgelehnt wegen angeblichen Formfehlern. Und natürlich, wie werden die Bitcoin eigentlich verwahrt? Ist jetzt nicht überdramatisch, also sie haben es nur wegen so Kleinigkeiten abgelehnt. Und daraufhin haben viele, warte, wo habe ich es rausgesucht? Hier auf Twitter, Stefan von der Krypto-Eulo hat es gepostet. Die ersten BTC ETF Anträge wurden bereits neu bearbeitet und eingereicht. Interessantes daran ist, überall ist Coinbase dabei. Also genauso wie bei BlackRock soll Coinbase das Ganze dann übernehmen. Wo ja auch noch was dahinter steht. Also SEC hat ja auch noch eine Anklage gegen Coinbase, glaube ich, und Coinbase gegen die SEC. Also sehr, sehr interessant. Und ja, wie gesagt, jeder hat es hier wieder neu beantragt, ohne Formfehler. Also für mich auch, wie es Stefan drin schreibt, nur eine Frage der Zeit, glaube ich, bis das genehmigt würde. Aber ich denke, das wird sich noch ein paar Wochen hinziehen, bis da dann wirklich eine Entscheidung kommt. Auf jeden Fall, Bitcoin hat reagiert. Und das in Sekundenschnelle, muss man ganz ehrlicherweise sagen, nachdem wir hier unser Top gebildet haben bei den 31.142. Kurz danach, wie gesagt, sollte der Short kommen, weil ja eigentlich das Ziel war, hier das Top nochmal abzugreifen. Deswegen ein bisschen niedriger sogar. Und ja, wie gesagt, kurz darauf ging es dann erst einmal 5,2% nach unten hin. Wir haben wahrscheinlich jeglichen Stop hier unten ausgelöscht. Sogar diesen Week hier unten haben wir nochmal gefischt bei den 29.540 US-Dollar. Da wurden eine Menge Stops ausgefischt. Ich glaube, Liquidation von 40 Millionen habe ich irgendwo gelesen. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und was noch interessanter ist, im 1-Stunden-Timeframe haben wir die 30.000 US-Dollar-Marke nicht mit einem Schlusskurs durchbrochen. Im 1-Stunden nicht. Wir schauen uns im 4-Stunden-Timeframe an. Wie sieht es dort aus? Genau das gleiche Spiel. Also grundsätzlich hat sich der Gesamtsituation nichts geändert. Für mich eher weiterhin so ein Swing-Failer-Pattern hier, was sich hier angebahnt hat. Nach dieser Seitwärts-Akkumulationsphase kurz alle rausgewickt. Und jetzt eben erstmal wieder seitwärts, zumindest übers Wochenende kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Die Short-Order würde ich nochmal überarbeiten. Das schauen wir uns jetzt erstmal nochmal ein bisschen näher im Detail an. Weil ich immer noch davon ausgehe, dass wir diesen Bereich, diesen Wig auch hier unten nochmal füllen könnten. Und mindestens Richtung 29.100 bzw. 28.800 US-Dollar runtergehen könnten. Und damit, sag ich mal, diesen Wig hier füllen, noch mehr Longs ausstoppen. Weil wir haben ja darüber gesprochen, dass vor allem hier in dieser Candle mit das meiste Volumen ist. Das ist auch der Bereich, wo Sailor dann nochmal nachgekauft hat. Und das wäre nicht schlecht, wenn wir einfach diesen Bereich nochmal rausfischen. Von mir aus hier auch nochmal ein Swing-Failer-Pattern machen und dann die Reisen nach oben hin fortsetzen. Ich bin weiterhin eher so ein bisschen auf der Short-Seite. Obwohl ich noch Long bin. Wie gesagt, die Long-Position von 25.050 läuft noch. Und noch eine von 30.200 US-Dollar, die ich dann gestern nochmal aufgemacht habe. Aber so richtig traue ich dem Ganzen einfach noch nicht. Wir schauen mal ganz kurz auf das Open Interest, was natürlich dann auch gestern brachial nach unten ist. Es fällt aber weiterhin, trotz eben dieser kleinen Bewegung, die wir jetzt hier wieder nach oben hin haben. Also auch hier ein bisschen kontraproduktiv, was derzeit stattfindet. Müssen wir mal ein bisschen Blick behalten. Und dann ziehen wir uns gleich nochmal das FIP-Level dazu. Vom Abverkauf bis zu unserem derzeitigen Stand. Da sehen wir auch, okay, wir befinden uns derzeit direkt im Golden Pocket drin. Also hier wird sich jetzt auf jeden Fall entscheiden. Interessanterweise auch, wir haben die Ineffizienz hier auf dem 4-Stunden-Timeframe perfekt gefüllt gestern noch. Also direkt in der nächsten 4-Stunden-Candy ging es dann nach oben. Supply-Zone gehittet, auch die zeichne ich mal ganz kurz hier ein. Beziehungsweise den Order-Block wurde gehittet. Und jetzt hier unter dem Golden Pocket erst einmal ein bisschen Consolidation. Spricht erst einmal nicht dafür, dass es erst weiter nach oben geht, sondern wir wirklich zumindest nochmal 60-70% eben dieses Wigs auffüllen. Und mit 60-70% meine ich, wir ziehen das FIP-Level auch noch von dem Wig bis zum Zwischenhoch. Und da würde es mindestens nochmal Richtung 929 gehen. Also genau da, wo wir die letzten Tage immer wieder aufgekauft wurden. Und ich glaube, das ging die Woche 4-5 Mal einfach gut. Immer bei 30-2 Long. Einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Und jetzt gestern nochmal so grob. Und da wird es jetzt dann interessant werden, ob wir jetzt beim 6. Mal, weil irgendwann lässt die Liquidität nach. Es wird massig immer wieder an diesen Positionen gekauft. Open Interest fällt aber langsam. Deswegen müssen wir hier wirklich darauf achten, fallen wir hier drunter und kriegen möglicherweise auch noch die bearische Bestätigung des GP. Ist das klare Ziel auf jeden Fall hier die 28.800 US-Dollar. Jetzt aber derzeit ein Short ist mir einfach zu riskant. Gestern, das hätte sich perfekt angeboten im Wig, weil wir sowieso ein bisschen bearischer eingestellt waren. Jetzt ist es mir einfach zu riskant, vor allem weil wir Wochenende haben. Wir hatten eben gestern diesen drastischen Abverkauf, der immer noch dafür auch sprechen könnte, dass wir eben die 31.142, also egal wo der Abverkauf begonnen hat, auch noch holen. Da sind eine Menge Short-Orders reingekommen. Und das ist eben gerade dieses negative Signal, wo ich einfach nicht in den Short reingehen möchte. Das ist mir einfach gerade zu riskant. Auch wenn wir hier im Golden Pocket sind, diese zwei Wigs hier oben bedeuten einfach viel zu viel Liquidität für uns, dass wir die nicht ignorieren dürften. Deswegen jetzt hier einfach Short zu gehen, 50-50 Shores hier oben, würde ich einfach den Short weiterhin beibelassen. Aber erst wenn wir eben hier hoch in die Region kommen. Deswegen auch noch kein neues Short-Signal. Ich beobachte das jetzt den ganzen Tag mal ganz genau. Ansonsten ist klar, da unten wird der Long verdoppelt von dem 25.050 und eine neue Long-Position zusätzlich auch nochmal aufgemacht. Also das ist jetzt erstmal so der Plan für den Samstag, vielleicht auch Sonntag. Schauen wir uns dann alles mal über den Tag an. Ansonsten, wie gesagt, wenn es irgendwelche Updates gibt, kommt ihr in die Signalgruppe rein. Dort kriegt ihr auf jeden Fall als erstes dann Bescheid, so wie gestern. Gehen wir noch rüber zu Ethereum. Übrigens, heute kommt nicht der Marktausblick, der kommt dann morgen mal ausnahmsweise, weil ich es heute zeitlich einfach nicht mehr schaffe, noch einen Marktausblick aufzunehmen. Aber morgen dann auf jeden Fall am Sonntag. Vielleicht passt das auch ganz gut, vielleicht machen wir zukünftig Sonntag, muss ich mal überlegen. Aber jetzt mal als Ausnahme, morgen dann erst der Marktausblick. Auf jeden Fall gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum deutlich, deutlich erholt. Sehr, sehr krass, dass wir uns hier deutlich steigern konnten im Gegensatz zu Bitcoin. Vor allem der Orderblock hier unten hat sehr, sehr gut gezogen gestern bei dem Abverkauf und es gab nicht diesen dramatischen Abverkauf. Also da sieht man auch wieder, okay, Bitcoin deutlich, deutlich mehr Longs nochmal rausgezogen als Ethereum, wo wir die Woche ja schon die Range nach unten hin verlassen haben. Und ja, daraufhin gab es mit der nächsten 4-Stunden-Candle einen ordentlichen Close. Kein höheres Hoch, aber dann auch mit den nächsten zwei Candles auch nicht. Klar, wir haben die Schlusskurse überwunden, wir haben aber nicht die Wigs. Und die sind eben das Entscheidende. Darüber haben wir keinen Close gekriegt. Wir hatten hier auch eine Art Swing-Failer-Pattern, können wir auch schon fast dazu sagen. Hier oben mit dem Wigs einfach drüber gewickt, aber nicht drüber geschlossen. Und jetzt rechne ich auch erstmal hier im Laufe des Tages mit eher so ein bisschen weiter downwärts. Wir haben eine Bearish-Divergence natürlich auch dadurch ausgelöst. Das war auch das, was die Woche so ein bisschen gefehlt hat. Jetzt haben wir auch hier so ein bisschen diesen Bearish-Chart-Charakter eben drin mit einem niedrigeren RSI und einem höheren Hoch, zumindest auch Wig-Basis. Gefällt mir alles nicht wirklich gut, deswegen muss man hier ein bisschen Vorsicht nehmen. Wir machen mal ganz kurz die Ranges raus und sehen dann auch, so eine Art, wenn wir das jetzt mal so einerseits die Downtrend-Linie sehen hier und dann natürlich diese Linie, könnte man schon fast so sagen, okay, wir haben hier so ein Rising-Broadening-Wedge. Ist grundsätzlich jetzt nicht immer das Bullish-Chart-Pattern. Ich sage jetzt mal 60, 40, bricht es nach unten hin aus. Und das würde dann auch ganz so im Großen und Ganzen zu unserer Analyse passen, dass es auch hier nochmal runter geht, zumindest Richtung 1760 US-Dollar. Also auch hier momentan kein Short geplant, trotz Bearish-Divergence. Wir haben noch eine Menge Liquidität über diesen Hoch bei den 1.948. Und wenn wir jetzt das hier drüben mal anschauen, da liegt halt auch noch ein Void. Und das ist halt dann auch noch dazu einfach, dass wir da noch ein Void drin haben und dadurch auch den Bereich um 1.980, den wir schon die ganze Woche einfach auserkoren haben, als Short-Ziel einfach direkt darüber haben. Und deswegen möchte ich jetzt hier nicht auch an dem Hoch nicht Short, weil einfach das Risk dann bei 5% liegt. Und das ist einfach viel, viel zu viel für eine neue Position. Gut, ansonsten würde ich sagen, war es das eigentlich schon wieder fürs heutige Update. Was heißt schon wieder? Das sind immer wieder 10 Minuten. Ansonsten hoffe ich heute, dass es ein eher ruhigerer Tag wird, wenn es irgendwelche Long- oder Short-Signale gibt. Wie gesagt, Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoin. Und ja, morgen dann Marktausblick. Und gerne unten in die Kommentare, wie immer, eure Altcoin-Wünsche reinschreiben. Ich werde morgen dann wieder eins aufnehmen und nächste Woche immer. Ich versuche jetzt immer so zwei, drei die Woche für euch aufzunehmen, damit wir mal wieder so ein bisschen auf dem aktuellsten Stand sind. Gut, damit würde ich sagen, war es das. Like da lassen, Abo da lassen. Wünsche euch einen schönen Samstagmorgen. Wir hören uns, ja, spätestens am Morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.